so hallo wieder herzlich willkommen und wir kommen zum zweiten teil magen und darm von der eva aschenbrenner und ich hatte gesagt jetzt schauen wir doch mal was sagt sie denn mit dem schluck auf kennen ja viele von euch sicherlich auch ich habe bemerkt dass ich schluck auf auf jeden fall auch bekomme wenn wir mal unterwegs sind und wir gehen wirklich mal essen und man trinkt dann vor dem essen noch was und während dem essen noch was und dann ist bei mir schon schicht im schacht also dann wird es ganz schwierig mit dem essen auch wenn ich so aussehe also würde ich ganz 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 viel essen und was falsch wahrscheinlich denkt man aber dann habe ich bemerkt dann bekomme ich sofort ins schluck auf dann geht auch gar nichts mehr also das ist ganz schwierig also das ist dann nicht so ein typischer schluck auf die auf einmal so kommt sondern das weiß ich genau woher der dann bekommt und dann weiß ich du kannst jetzt weder was trinken noch was essen und dann ist das manchmal komisch die anderen trinken dann immer noch mal was und noch was und ich kann es dann einfach nicht weil es nicht rein passt dann kriege ich halt meinen schluck auf so ist das manchmal auch gibt natürlich auch andere was sagt sie denn die eva aschenbrenner entschuldigt nehmen sie einen halben löffel zucker gießen sie ihn mit essig auf dann auf einmal schlucken also ich denke mal dass es so gemeint ist einfach nur ein ganzer löffel zucker dann kommt der essig drauf bis es eben gemacht ist und dann nimmst du ihn auf einmal sie können auch auf ein paar gewürznelken herumkauen wenn ihr da ein paar tipps sagt immer dazugehen blähungen blähungen können auch von der galle kommen versorgen sie diese mit genügend bitterstoffen dann hören die blähungen oft von alleine auf bitterstoffe sind in löwenzahn aber auch in rucola der sehr gut in fast jeden salat passt oder probieren sie es mit endivien oder chicory lässt man den salat im warmen wasser liegen waschen die bitterstoffe aus die müssen aber drin bleiben da gibt es natürlich noch viel 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 mehr bitterstoffe ganz klar das ist ja jetzt nur so ein bisschen aus diesem buch raus und schaut mal es gibt wirklich sieben kräuter nach heidelberger es gibt nach der hildegard von bingen gibt einfach mal bitterstoffe ein als gewürze oder als tropfen und dann habt ihr schon eine tolle sache und natürlich ist es so das zeige ich euch beim nächsten mal auch das was ich im frühjahr angesetzt hatte beziehungsweise bis in den sommer rein in 38 prozentigen alkohol alles was im garten immer so essbar ist und wächst das habe ich rein gemacht und das ist so eine art auch bitter kräuter schnapps dann das kann man eben auch ganz wunderbar immer anstatt dem schweden kräuter die man eben sich wunderbar aus der apotheke auch holen kann oder auch schon reformhaus von der maria treben und dann weiß man was das macht das ist wirklich eine tolle sache aber auch dazu habe ich ja filmchen gemacht dann kommen wir mal zum darmbluten morbus kron und da sagt sie versuchen sie es mit blutwurz tinktur das hat sie gleich beschrieben das zeige ich euch dann gleich achten sie auf eine ausgewogene ernährung meine empfehlung trinken sie auch keine süße limonade oder cola und natürlich ist gilt immer für alles natürlich gehen sie immer zum arzt ganz klar und dann will ich mal gucken was sie hierzu da geschrieben hat die blutwurz guck mal das ist diese pflanze also holt euch das in der apotheke da wo ihr könnt wenn man sich da unsicher ist seitdem man hat sie im garten und man weiß genau wie man damit umgeht so wartet mal so jetzt kommen wir zu dem blutwurz wie setzt man das an stellen sie eine blutwurz tinktur so her dazu benötigt man etwas getrocknete zerkleinerte blutwurz die sie also in der apotheke kaufen würde füllen sie die trockenen wurzelteile etwa zwei zentimeter hoch in ein marmeladenglas und gießen sie mit klarem schnaps auf schon am nächsten tag beginnt der schnaps rot zu werden schütteln sie das ganze in den nächsten zwei bis drei wochen immer wieder durch und dann ist das heilmittel anwendungsfertig die blutwurz tinktur kann man wenn sie runter getrunken ist noch mal ansetzen dann ist sie zwar nicht mehr so stark hilft aber immer noch gut bei zahnfleisch bluten und lockeren zähnen nehmen sie abends einen löffel ziehen in den mund und lassen sie die tinktur so lange wie möglich drinnen ziehen sie die flüssigkeit zwischen den zähnen durch sie abstringiert also sie zieht dann alles zusammen wer will kann sie bis zum schluss kann sie auch am schluss raus runterschlucken oder aber also wenn ihr die durch den mund zieht dann ist das so dass wird richtig es zieht richtig doll das kann ein bisschen weh tun und dann könnt ihr das immer hin und her spülen entweder spuckt ihr das aus oder wie gesagt eben ihr könnt es runterschlucken eine kollegin meines mannes stand hier der die tuba geblasen hat dem wurden die zähne locker und er sagte du asche also dann abgekürzt für die aschebringerin ich habe keinen druck mehr drauf die unteren zähne sind locker da habe ich ihm eine blutwurz tinktur gegeben und die zähne haben sich wieder gefestigt und jetzt kommen wir zum morbus kron ein mann berichtete mir dass ihn diese tinktur auch bei morbus kron unterstützt hat morbus kron ist eine krankheit bei der man sich unbedingt den ärztlichen obhut geben muss ich empfehle ein löffelchen der tinktur vormittags und abends der löffel abends ist wichtiger weil er dann natürlich nachts arbeiten kann natürlich muss man aber auch gleichzeitig die ernährung umstellen und insgesamt zu einer gesunden lebensführung kommen ansonsten hilft kein heilmittel Ich kenne eine bäuerin die verwendet die blutwurz tinktur auch bei kälberdurchfall und es passiert ihr immer wieder dass die kälbchen ihr schon freudig entgegen laufen wenn sie mit der aufgezogenen pipette in den stall kommt na die wissen eben was hilft also was dem tier hilft hilft dem menschen nicht immer um so ein bisschen aufpassen aber das ist gut hier haben wir es also mit der blutwurz tinktur zu tun guckt mal so sieht die denn aus wenn ihr die macht Ich habe ja nun auch einige träs gemacht zum gerstengrassaft guckt mal auch das ist sehr 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 gut und ausgewogen und hilft alles zu unterstützen so und jetzt kommt hier wieder ein leserbrief und sowas mag ich immer besonders gerne Sehr verehrte frau aschenbanner Die diagnose darmpilz bekam dann die medikamente so abgekürzt geschrieben Mir ging es dann wieder besser sobald die kur mit den medikamenten beendet war ging alles wieder von vorne los koliken und erbrechen Gespräche mit selbst betroffenen und austausch von medikamenten für kurze zeit Zeigten besserung aber dann war wieder alles beim alten ich war oft sehr verzweifelt und traurig Und dann fiel mir ihr name ein ich hatte sie beim pfarrer fliege gesehen ich damals auch Nach langem hin und her habe ich den mut gefasst und bei ihnen angerufen sie gaben mir gute vorschläge die ich alle befolgte bis auf die gelben rüben und siehe es besserte sich von woche zu woche Und nach zwölf wochen bin ich wie neu geboren es kückert zwar noch ab und zu im darm aber alle schmerzen sind verschwunden Ihr sechser tee sowie der wintertee retterspitz und ihre guten sachen aus der schmanker küche haben mich wieder gesund gemacht Liebe frau ich möchte mich bei ihnen nochmals recht herzlich bedanken und ich hoffe dass sie uns noch recht lange erhalten bleiben also auch das wieder spannend wenn die menschen sich bedanken Und es ist wie es ist auch da ist es wieder so nicht alles Hilft jedem jeder ist ein bisschen anders aber schaut dass ihr euer rundum paket gut macht dass ihr helft Den körper mit dem vitamin d und dem was alles dazu gehört Dass ihr da einfach mal drunter schaut dass ihr euren körper unterstützt aber es ist schon sehr interessant Dass es doch immer wieder wenn die medizin es nicht schafft etwas zu heilen und das schafft Die medizin ja nicht immer sie unterstützt und sie bringt sicherlich auch mal was weg aber ob sie etwas aushalt ist eine andere sache Deswegen ist die natur ins boh zu holen langsam und vorsichtig Das kann glaube ich nie verkehrt sein in diesem sinne Denke ich das war noch mal so ein kleiner quickie ich nenne diese kurzen dinge dann immer mal quickies Was man dann alles so machen kann so kleine kurze ratschläge kann man auch immer wieder lesen mal Aber da könnt ihr ja mal selber drauf schauen und wie ich schon erzählt hätte gerade bei durchfall Es gibt auch ganz viele menschen mittlerweile da können die ärzte nichts feststellen dann ist es kein morbus kronen und es soll kein leaky cut sein und nichts anderes Und trotzdem haben die personen durchfall immer und immer wieder den ganzen tag über und das bekommt man wirklich Mit dem hochdosierten vitamin d also da kann man erst so muss ich immer vorsichtig sein das haben wir alles selber erlebt Damit kann man ganz viel wieder in ordnung bringen also vielleicht schaut immer mal ein bisschen weiter Müsst ziemlich weit runter scrollen ich weiß aber da stehen noch mal ganz viele wunderbare dinge So das war noch mal ein kurzes von der eva aschenbrenner und die kräuter apotheke gottes Sie sagt immer meine mittel helfen langsam aber dauerhaft und sie können keine wunder bewirken Aber die kräuter entfalten ihre wirkung und wenn ihr bedenkt dass ganz früher nur kräuter gegeben hat Und natürlich sind sicherlich auch mehr menschen gestorben oder anders gestorben heute haben wir ganz andere Zivilisationskrankheiten aber irgendwie müssen die kräuter ja doch immer noch zu was gut sein oder unsere kräuter Unsere ganzen gewürze unser obst unser gemüse Und gutes wasser Das ist eigentlich Ja das geheimnis oder Auf dass man immer gut acht geben muss gute dinge zu sich zu nehmen in diesem sinne ich hoffe wir sehen uns wieder Bleibt dabei es geht noch ein bisschen um den darm Und bleibt gesund oder werdet gesund Und dann Oh ала Pf 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 Pf